Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein kurzes Food Diary für euch. Am Mittwoch gab es zum Abendessen Kentucky Fried Chicken, für mich Filet Bites, für meinen Freund Hot Wings. Am Donnerstagabend gab es dann Ofengemüse mit Pommes und Hähnchenteilen. Weil ich Freitag keine Ahnung hatte, was ich kochen sollte, gab es ein paar Pommes und einen Döner. Samstagabend dann wieder Pommes mit Hühnchenbrust. Sonntagmorgen gab es zum Frühstück dann einfach ein paar Cornflakes. Als Mittagessen gab es dann am Montag einfach ein paar aufgebackene Brezeln. Und zum Abendbrot dann so Bock-Fürstchen aus dem Lidl mit Pommes. Dienstag konnte ich endlich wieder arbeiten gehen und da gab es wieder mein altbekanntes Müsli mit Naturjoghurt. Und zum Mittagessen einfach Bockwurst mit Mayonnaise. Ich weiß, dass ich im Moment nicht die beste Ernährung habe. Da wird es auch bald ein extra Video zu geben. Ganz versprochen und ganz bald. Das wird Teiler. Bis zum nächsten Mal. Doe es schon weiter. Vielen Dank.